Ja, herzlich willkommen im Bierselig auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich willkommen im Bierselig auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Ich bin der Markus, ich bin Bier-Sommelier und habe mir im Dezember 2023 einen kleinen Traum erfüllt. Ich habe hier auf der Rüttenscheider mein Fachgeschäft für Bierkultur aufgemacht. Im Moment habe ich rund 120 verschiedene Biere im Angebot. Ruhrpott-Biere, deutsche Biere, internationale Biere. Im Kühlschrank gibt es kalte Biere. Man kann jederzeit vorbeikommen und probieren. Und am Wochenende abends gerne mal eins meiner Tastings besuchen, wo ich versuche, meine Leidenschaft für Bier an meine Kunden weiterzugeben. Bier ist ein unglaublich faszinierendes Getränk. Das fängt schon damit an, dass mit vier Grundzutaten eine unglaubliche Vielfalt entsteht. Mit Wasser, Hopfen, Malz und Hefe entstehen unterschiedlichste Bierarten. Bierstile, Biergeschmacksvielfalt ist für mich das große Faszinosum am Bier. Hier an diesem Tisch finden die Testing-Veranstaltungen statt, wo ich diese Begeisterung fürs Bier versuche weiter zu vermitteln. Da gibt es verschiedene Themen. Ich mache zum Beispiel sehr gerne ein Testing zum Thema Ruhrpott-Biere, weil die in der letzten Zeit unglaublich wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Hier im Regal finden sich meine Ruhrpott-Biere wieder. Es ist nur ein kleiner Aufschnitt dessen, was es gibt im Ruhrpott. Aber trotzdem, ihr seht schon, jede Menge Bier vorhanden. Wir haben Mücke-Bier aus Essen. Mücke war das letzte Grubenpferd auf Zeche Zollverein. Da kann man gleich noch ein bisschen Bergbaugeschichte mit einpflegen. Wir haben Piepnitz aus Bochum. Wir haben dieses Brauwerk Schacht 8 aus Halterm am See. Wir haben da unten eine ganze Reihe Dortmunder Biervielfalt. Popakabana, Daniel Lessig, Bergmann-Bier, Borussenbräu. Alles vertreten, alles unterschiedliche Biere, die ein bisschen den Ruhrpott widerspiegeln. Gerne genommen natürlich das Export, das alte Bergarbeiterbier, was die jungen Leute Gott sei Dank wiederentdeckt haben. Das war fast verschwunden, aber die jungen Brauer haben sich der Geschichte erinnert und brauen fast alle einen Export, wie ich finde, ein schöner Vertreter des Ruhrgebiets. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig machen aufs Bierselig. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Bier trinken wollt, wenn ihr Geschenke sucht, wenn ihr Tastingsveranstaltungen besuchen wollt. Gerne hier in Rüttenscheid auf der Rüttenscheider Straße 231 im Herzen von Essen.